Schaut mal, er sitzt. Er kann sitzen. Wir rufen den Bartenstein. Er soll es in den Zeitungen melden. Vergiss nicht den Bibliothekar. Er soll es in die Geschichtsbücher eintragen. Unterschätzt das nicht, Mama. Wenn Josef einmal den Thron besteigen soll, ist die Fähigkeit zu sitzen absolut unerlässlich. Ich bin bald zurück. Nein, bist du nicht. Und das Geld? Verlass dich auf mich. Keine Angst. Verlass dich auf mich.